Hallo liebe Fußballfreunde, Thema, ich sammle gerade Scherplatten. Und ich ehrlich bin, ich hab null Ahnung und echt keine Ahnung was wert ist oder wie das großartig kostet. Ich hab null Ahnung, ich hab echt keine Ahnung von Scherplatten. Ich hab nur noch keine Ahnung. Yeah, komm, 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 komm. Das war's. Das war's. Das war's von Schallplattein. Viel Spaß von diesem Video.